Grüezi, Tschumomade, grüeziwoll. Grüeziwoll, das ist Weiler. Grüezi, Herr Weiler. Ich habe Ihnen eine Rottanne gekauft. Ja. Ich brauche die nicht mehr, weil Weihnachten ist vorbei. Ja. Die Kinder hatten den Applausch. Wunderbar. Das würde ich gerne zurückbringen. Also zurückbringen zum Entsorgen, meinen Sie? Ja, ist mir egal, was Sie damit nachher machen. Ich brauche einfach das Geld zurück. Also das Geld zurück, das geht nicht. Ist ja wie neu. Ich habe nicht alles gewählt. Nein, ein kleiner Moment. Ja, gerne. Sind Sie noch dran? Ja, natürlich. Die ist im Topf drin, ist das richtig? Nein, nein, die ist nicht im Topf. Die ist unten gesaugt. Ja, nein, also das können wir nicht zurücknehmen. Das geht nicht. Soll ich einen Topf vorhin machen, oder wie? Nein, also das können wir nicht machen. Also wie stehen Sie auf dem Topf? Ja, Sie haben... Nein. Ein kleiner Moment, bitte. Ja. Guten Tag, Weiler am Apparat. Grüezi, Weiler. Ich habe mein Problem geschildert. Genau, wegen dieser Tannen. Genau, ja. Sie lassen Sie, es tut mir wirklich leid, aber diese Tannen können wir so nicht retour nehmen. Wenn Sie im Topf drin wären, würde ich sagen, ja, können wir sie wieder verkaufen, oder? Ja, der Kollege hat schon gesagt, ich soll den Topf hermachen und sie so bringen. Nein, verstehen Sie uns? Nein. Dann würde jeder mit seiner Tannen nach der Weihnacht vorbeikommen und sagen, wir haben jetzt Weihnachtsfeier. Wissen Sie, wie Sie meinen? Nein. Das ist eine geschnittene Tannen, oder? Was ist das für eine Tanne? Eine geschnittene. Sie haben sie geschnitten. Nein, die haben sie eingeschnitten. Oder wir, ja. Genau. Was sollen wir denn mit dieser machen? Das weiss ich nicht. Ich will nur das Geld. Ja, Sie, es tut mir leid. Nein, die können wir wirklich nicht retour nehmen. Ah, das ist gut. Wir sind sehr kulant, aber da ist sie jetzt fast ein wenig. Da können wir fast wirklich nicht machen. Ah, das ist gut. Gut. Vielen Dank. Einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen, merci.